hi my leech loving followers this video is in english and german i'm gonna show you how i let bite my big hierudinaria manilensis my buffalo beach ich zeige euch hier wie ich meinen großen hierudinaria manilensis also büffel egel ansätze und beißen lasse he leechs on very quick i guess he was very hungry i fed him last time about two months ago er hat gleich gebissen ich glaubte er war noch ziemlich hungrig obwohl ich ihn erst vor zwei monaten habe futter entlassen while he bites he is completely relaxing to fill its stomachs with blood ihr seht schon während er beißt entspannt er sich komplett damit er seine mägen mit blut fühlt this can take up to several hours das kann auch mehrere stunden lang dauern this leech is very familiar with getting touched otherwise he won't leech on that fast der egel ist ja schon gewohnt dass ich ihn oft anfasse oder angefasst zu werden sonst würde er auch nicht so schnell anbeißen und sich so wohl fühlen und dann und dann Hier sehen wir Big Beauty nach dem Essen. Hier seht ihr den hübschen Großen nachdem er getrunken hat. Ungefähr 120 Milliliter hatte er von meinem Blut abgezapft.